Da ist was, ein Furz, ich jump gar nicht mehr. Nice. Ich jump sicher nicht. Okay, passt, ein Drumhammer. Kann ich das auch verwenden. Okay, da ist leer. Wir gehen runter. Da ist was, da ist was. Du sah, mach nicht zu. Ich habe es nicht zugebracht, aber mach du zu. Da ist wirklich gestanden. Ich habe noch Angst. Aber wir müssen dorthin. Da geht man noch woanders hin. Da können wir noch rüberjumpen und da rein. Oh nein, da hat sie gesagt, das ist nix. Warte, ich lass das mal da. Boah. Du jumpst, du jumpst nicht. Ich leuchte. Oh geil. Okay, ich schau einfach mal, ob da was ist. Ja. Eins habe ich. Oh, geil. Da ist eine Feiertür. Das ist... Das ist ... Das ist kein... Das ist... Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab das, das war so urgroß, das war so menschenartig. Okay, glaubt ihr, ist es wurscht und wir gehen einfach, oder beruht jemand? Warte, hab mal alles am Boden, Alter, das habt ihr grad. Das sind insgesamt... Oh mein Gott, 40. 40, das geht sich dann raus, oder? Okay, ich würd sagen, wir könnten einen Router schicken. Ja, fix, geht's? Oh mein Gott. Ich hab eine Tasche, aber geht's hier mit den Stuff? Oh, nein, gehen wir einfach, nehmen wir, nehmen wir. Oh, da bist du, okay. Ich war irgendwie zu deppert, das Ding aufzunehmen. Alter, ich schwör's, ich hab mich halbiert angeschissen. Der Dude hat einfach bei den Stiegen einmal kurz rauf.